Peter! Peter, hast du das gemacht? Peter, hast du das gemacht? Oh nein! Nicht schon wieder Peter! Ja meine Freunde was geht? Herzlich willkommen zu einer Folge von M-A-S-T-E-L-D-E-S! Zander hat mir gesagt, ich könnte gut singen, der ist auch heute mit dabei Hallo Zander! Ja hallo! Mit dabei ist auch der liebe Kevin, Gamers Time Und der Peter! Hallo! Peter, bist du ein bisschen motiviert ne? Wenn ich mit dir aufnehme habe ich eigentlich... Alles klar! Halt dein Maul! So Leute! Wir schauen direkt mal welcher Begriff kommt, ihr kennt halt ein bewährtes Spiel Wenn wir den Begriff schon hatten, ne Katze Ja sehr schön, hatte ich letztens mit Herrn Bergmann Willmann kurz und Katten sehen uns in der nächsten Runde wieder, bis gleich! So meine Freunde, wir sind mal wieder in der Arena Wir gucken mal was dabei jetzt rumkommt Ich hoffe das ist kein Wort, was wir schon hatten Weil das wäre wieder Zeit Ein Zahnarzt Hattest du doch nicht Hatte ich tatsächlich glaube ich, aber es ist schon sehr sehr lange her Deshalb würde ich sagen, let's go for it Ich habe eine ganz lustige Idee, wie wir einen Zahnarzt bauen können Wie stellt ihr euch Besuche beim Zahnarzt vor meine Freunde? Wie fühlt ihr, wenn ihr beim Zahnarzt seid? Kevin, wie ist es bei dir? Bist du gerne beim Zahnarzt Nee, der Zahnarzt ist ein Bastard Der Zahnarzt ist doch... okay Der Zahnarzt, er ist ein Bastard Der Zahnarzt ist ein Bastard Zahnarzt ist ein Bastard Das könnte einfach eine Line aus einem Massiv-Lead sein Und Zahnarzt ist ein Bastard Schillern Er ist ein Bastard Ja wir können doch eigentlich hier Dead Aiden bauen Die haben ja auch immer einen Mundschutz an Der geht eigentlich auch So, Zahnarzt ist also ein Bastard Zahnarzt, wie ist das bei dir? Ich hab gar keine Szene, Alter Hat aber früher Ich hab gar keine Szene Ja das ist traurig, aber gut Irgendwie ähm... Ja Leute, geht doch mal auf Zahnarzt Kanal Lasst ihm vielleicht ein Abo da Dann kann er sich neue Prothesen kaufen Danke! Danke! Weil das wäre nämlich echt mal nötig Ja das Ding ist halt, man kann mit Zahnar keine Unterhaltung führen Ohne dass jemand Zahnarzt fällt Und das ist richtig richtig hetzend Ja und jetzt hab ich keine mehr Weil ich mich schon so oft unterhalten hab Richtig, genau das, weil Zahnar redet nämlich gerne Den lieben langen Tag lang Alter ich hab überhaupt keine Ahnung, wie ich das bauen soll Ohne Wissens, ich bin schon fertig Halt's Maul, Peter Mann, das wird wieder richtige Scheiße Hä? Ich weiß gar nicht, was ich hier mache, Alter Peter, hast du was Gutes gebaut oder eher nicht so? Äh, warte mal ab Ich bin gespannt Kevin, Zahnarzt ist ein Bastard, oder? Ja, baue ich auch gerade Das könnte echt, das könnte echt ein Massiv-Track sein Und Zahnarzt ist ein Bastard Ich ficke seine Mutter Er wollte mir die Zähne bohren Das Leben ist nicht fair, Co Jetzt bräuchte ich wieder Sturmwaffen, Alter, der jetzt hier hilft Mit seinem Akzent Das sieht auf jeden Fall Haha, wie geil, Alter Feierst du gerade wieder dein eigenes Bild? Der Decarius, Alter Das sage ich nur, Alter Peter gefreut sich über sein Werk Ja, ist so Könnte sein, dass es das Beste ist, was jemals gebaut hat Das sage ich aber auch jedes Mal Das Ding ist, meistens stimmt es nämlich nicht Dankeschön, Arschgeige Peter tut mir leid Ich muss ja ganz ehrlich sagen Peter hatte Tage, da lief es gut Er hatte Tage, da lief es schlecht Meistens hat er Tage, da lief es schlecht Bin mal gespannt, was die anderen beiden so drauf haben beim Bauen Ich hab nicht viel drauf Ich bin mal gespannt, ob man überhaupt Also ich Es könnte gut sein Es könnte aber auch richtig scheiße sein Ich bin gespannt, Alter Ich bin echt gespannt Man wird es sehen Aber ich bin mega konzentriert gerade Ich kenn das, Mann Bei Master Builders komm ich in meinen eigenen Modus, weißt du Dann mach ich nichts mehr Also es ist wie wenn ich Wenn ich Klausuren schreib Wahrscheinlich war ich da konzentriert So, ähm Fertige Kotz Ja, also man wird ja schon mit Peter aufzunehmen, wie ihr merkt, ne So, pass up jetzt Pass up jetzt So, Leute Sieht auf jeden Fall gar nicht hässlich aus, was ich hier gebaut hab So Oh Mann, Alter So Was will ich denn überhaupt bauen? Ich weiß es nicht So, Leute Wir haben das schon mal Und jetzt kommen wir nämlich Jetzt kommt nämlich das Wichtige Mhm Mhm So, wie mach ich das denn jetzt am besten? Boah, Alter Ich bin so konzentriert gerade Ich will das Richtig gut machen Ich weiß gar nicht, ob ich meine Zeit nicht hinkriege, ey Dann zeig ich das meinem Zahnarzt Und dann soll der mir einfach so kostenlos neue Zähne geben Das wäre voll geil Weil das so krass ist, was du baust Ja Sagt einfach genau so hätt ich das, wie auf meiner Zeichnung Ja Können sie das genau so machen? Bitte 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 Ich hab kein Geld, bitte Zander braucht wirklich neue Zähne, ehrlich mal Ich weiß nicht, wo wir mit Zander feiern waren, wo er einfach einen Zahn verloren hat Das war so lustig Ja, das ist halt wirklich passiert Richtig überzwiegend Ich weiß noch Der hat den Zahn verloren hat Ich weiß noch Zander hat einfach unsere Zahn Hat er einfach rausgekickt War ihm egal Zander gibt nen Fick auf seine Zähne Der putzt die ja auch nie Das ist immer das Lustige, Leute Man müsste ja mal drauf achten Wenn ihr Zander mal irgendwo trefft Der ähm Der putzt seine Zähne nicht Scheiße, Alter Was hab ich getan? So, wo ist denn dieses Wo sind diese Scheiß Blitze? Lighting Cloud here So Da 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 Okay, gut. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ach nein! Ich hatte nicht so viel Zeit. Was haben wir hier? Was hat der Pilz auf der... Was ist das denn, Alter? Das ist Dead Adam, das ist Tuddle. Das ist Tuddle. Nee, das ist Ali mit dem Mundschutz, Alter. Ist das eine Zahnbürste? Nein, das ist Dead Adam. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt ein Zahnarzt bin. Okay, das ist ein Zahn. Das ist eine Zahnbürste. Ein Zahn, ja. Ein Spiegel und ein Kratzer. Als ob ich zum Zahnarzt gehe, damit der mir meine Zähne putzt, Mann. Warum bauen andere eine Zahnbürste? Das macht doch ein Zahnarzt, oder nicht? Ja, professionell. Der Zahnarzt selber macht das nicht. Der Zahn ist ganz nice. Ja. Das ist bestimmt von Peter. Wenn der so ein Gebiss hat. Peter! Peter, hast du das gemacht? Ich geb dir den Awesome, ey. Peter, hast du das gemacht? Oh nein! Nicht schon wieder, Peter! Nicht schon wieder, Junge! Okay, das ist echt gut. Das ist amazing. Weil man hat diesen Stuhl hier. Und dieses Waschbecken. Und dieses Jetpack, was der Zahnarzt immer da stehen hat. Was ist das? Was ist das? Junge, und du sagst... Hä? Alles klar, mal Eisablieding, Pixelart. Soll das sein, eine Paddel, oder was? Das ist... Das ist, ähm... Der schreckt die ganze Zeit locker Peter. Das weiß ich nicht. Der Peter war schon dran. Richtiger als Jod. Günter Jack, äh, Günter Jack. Günter Jack. Günter Jack. Was haben wir hier? Was ist das? Das war's aber nicht. Das finde ich aber nicht schlecht. Da liegt einfach noch nicht. Der schwingt einfach gerade. Der schwingt einfach gerade. Kevin, das war nicht schlecht, das war gut. Not bad, Alter. Ja? Geil, Alter. Ja, lol. Das ist cool. Ich steck dir einen Finger in den Hals. Guck mal, nein, guck mal. Der bohrt. Der bohrt, Alter. Guck mal. Das ist aber amazing. Das finde ich echt nicht schlecht. Das ist amazing. Ja, du Spassi, Alter. So sieht Zahnarbe aus, oder? Was ist das denn? Könige Zahnarzt. Der hat keine Augen. Guck mal, jetzt fällt der mit einer Klobörse. Der hat keine Augen. Vor allen Dingen, wer hat solche schwarzen Zähne, Mann? Hansen, du warst schon mit deiner Mutter. Sieht aus wie Zandars Gebiss. Hier ist Zander. Das ist Zander. Das hast du gebaut, Zander, oder? Ist halt kein Dentist. Ist halt einfach ein Typ mit schwarzen Zähnen. Ist das Spark of Phoenix? Das ist Spark of Phoenix mit schwarzen Zähnen. Ich finde das nicht lustig. Ja, nicht schlecht, Alter. Ich habe vergessen zu bewerten, diese Scheiße. Dann haben wir hier. Das stimmt Zander. Das ist richtig gut. Hey, das ist echt nicht schlecht. Dann gebe ich auch mal ein Good. Weil da fehlt halt die Figur. Warum kommt da so ein Strahl von der Decke? Das ist Laser. Die röstet den direkt, deswegen ist der auch weg. Nicht schlecht, Alter. Alle waren wieder gut, außer Peter. Ich habe mein Waschbecken nicht fertig gekriegt. Ach ja, ist doch gar nicht schlimm. Der Stuhl ist doch schön. Ah, nice. Ja, Leute. Ich bin Zander, Alter. Also wer hat hier die Scheiße gebaut? Nach wie vor, Peter, war da eins richtig beschissen. Das ist schlecht. Leute, das war es von dieser wunderschönen Folge Master Builders. Vielen Dank für den Win. Schaut auf jeden Fall mal Peter vorbei. Da gibt es nämlich gleich noch eine Folge Master Builders zu sehen. Schaut bei Zander mal vorbei, wenn ihr eine schlechte Szene sehen wollt. Und beim G-Time, wenn ihr Sachen sehen wollt, die nicht lustig sind. Alle drei sind in der Beschreibung verlinkt. Ich kauf mir neuen Merch. Ich kauf mir meine Reflings. Ihr wisst, wie es läuft. Abonniert mich auf Twitch. Gibt mir Geld. Tschüss. 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 Bonnie Ansari und Tschüss. 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 Back to the